Hallo, wir spielen heute wieder The Crew. Ja, das letzte Mal sind wir halt eben hier angekommen und wollten Harrys Problem halt eben spielen. Keine Ahnung, irgendwas hat er gemacht. Oh ja, und dann müssen wir mal gucken, wie wir dem helfen können. Oh, Harry hat mal wieder anscheinend Schulden und so. Müssen wir ihm halt helfen. Die Verbindung ist instabil. Vermeide starke Erschütterung, sonst verlierst du die GPS-Daten von mir. Fahr zu Harry, bevor er weg ist. Ach, scheiße. Okay, also ganz, ganz schnell müssen wir da hin. Oh cool, Popples Stammer. Nee, das schafft man gar nicht. Ach so, okay, man kriegt immer Zeit, wenn man zu diesen Punkten kommt, alles klar. Okay. Ich habe verstanden. Okay. So. Hör mal. Nochmal. Aber so schwer war es ja jetzt nun auch nicht. Er ist nicht in der Werke. Fahr zu Harry, bevor er weg ist. Er ist nicht in der Werke. Ach du meine Güte, so. Es gibt endlich Gas. Oh, Mann, oh Mann, ey. Wow, das wird schon wieder nix. Alex, beeil dich, bevor Harry abhaut. Ah. Hm, komm. Na. Gesagt, er ist... Fahr zu Harry, bevor er weg ist. So. So, dann schnell Gas geben. So. Zack. So. So, schneller, schneller, schneller. Na. So. 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 Ob wir das schaffen? Naja, ich hab das in meinen Zweifel. Den hole ich ein. Also, das hätten wir schon mal. Ja, klar, Mission erfüllt. Bronze, ne? Ja. Gleich einbauen. Schnell weiter. So, was ist los mit Harry? Was ist los? Wie ich sagte, nichts. Er hat eine Freundin. Was passiert? Weißt du was? Er holt ab. Alles klar. Naja, okay. Hm. Gut. Schnell dahin. Platzweise. Ähm. Zack. Und ich hätte gerne... Hier. Zack. Zack. Grün. Okay. Fickpunkt setzen. Und ab. Zack. So, let's go. Wieso brauchen wir so lange dafür? Weil wir da... Okay. Hm. Dann will ich aber mal gucken, ob man nicht einfach da durch den Wald fangen kann. Ja, klar kann man das. Gut, hab mich schon gefragt, weil das wäre nun wirklich, wenn wir mega viel Zeit verlieren. Das würde mir viel zu lange dauern. So, zack. So, schneller, schneller, schneller. So, und das können wir mal viel schneller. Wenn du nicht mehr Erfahrung hast, beziehst du prügeln. Bla, bla, bla. Wir machen das schon. Wir holen uns jetzt schnell Harry. Und dann... ...passt das. So. ... Schnell weiter. Und dann kommen wir auch gleich schon an. Aha, meistgesuchter. Okay. Soll man dann diesen armen Herrn killen oder was? Dieses Äffchen oder was das auch immer ist. So. So, zack. Gas geben, Gas geben. Oh mein Gott, da war schon wieder einer verletzt. Das ist okay. Hm. Na toll. Egal. So. Da ist schön die Polente. Okay. So. So. Ja. Vorwärts. Verwacht. Oh, okay. Folgen wir erstmal dem Signal. Und das ist ein Signal. Ich würde das, glaube ich, ein Auto… Und da ist ein Signal. Zack. Zack. Schnell einloggen. Da hat er eine Station gefunden. Okay. Ich möchte es verlassen und zu meinem Rennen fahren. Ganz klasse. Hey. So. Tolle Sache. So. Zack. So, let's go. Normal. Ach, okay, gut. Eine Schwierigkeit. Normal. Stell dir vor, was die Five-Ten-Bosse machen, wenn wir nicht zahlen. Weißt du, unsere Köpfe, ein Topf, Formaldehyd, volles Programm. Hört sich nett an. Die Kerle sind Adrenalin-Junkies. Ein Haufen Idioten mit mehr Geld als können. Es sollte dir nicht schwerfallen, sie komplett auszunehmen. Alles klar, dann nehmen wir sie komplett aus. Gewinn das, wenn du atmen willst. Haha, sind die scheiße. Oh Gott. Naja, so schlecht sind die jetzt noch nicht. Ich weiß, dass du noch schneller kannst. Man, ich hätte dich damals vom Anfang-Ding angebrauchen können. Ja. Wir machen nicht so krummen Geschäfte. Wir sind nicht böse Leute. Das machen wir nicht. Ach. Was für ein Scheiß. Du fällst zurück, Mann! Ja. Jetzt bleibt mal locker. Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Was? Oh, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Ob wir das gewinnen? Große Frage. Wir werden das aber gleich hier rausfinden. Nee, das schaffen wir doch niemals. Naja, aber zumindest wissen wir jetzt, wie die Strecke aussieht und so die nicht. Wird das ja alles noch ganz okay sein. Oh, Mann, toll. Tolle Post. So. Okay, das können wir jetzt mal komplett vergessen. Genau, der ist schon da. Also nochmal. Okay, man muss ja eben am Anfang überholen. Wenn du Motivation brauchst, der dir... Dann, ihn fügen bleiben. Drei, zwei, eins, go. Ach, Leute. Oh. Oh. Ja, klar. So. So. Oh. Gewinn das, wenn du atmen möchtest. Sind die scheiße! Zitzi zitzi. Oh mein Gott! Das ist ein heißer Buse. So. Zack. Okay, jetzt müssen wir die Führung bleiben. Schneller, schneller, schneller. So. Okay. Mano, Mano, ey, Mano. Was ist das denn für ein Müll? Absoluter Scheiß. Nein. Das wird schon wieder nix. Oder? Ja. Da vorne ist schon das Ziel. Naja. Hm, nein. Schnell nochmal. Komm, einmal noch. Wenn du Motivation brauchst. So. Letztes Mal. Gewinn das, wenn du atmen willst. Du hast es drauf. Hm. Sorry. So. Schnell konzentrieren. Ich weiß, dass du noch schneller kannst. Ja. Ich weiß es auch, aber die Kiste will ich nicht. Okay. Okay. Ich weiß, dass du noch nicht mehr warst. Haha, sind die scheiße! Ist klar. Gib Gas! Bitte, bitte. Ähm, ja, klar. Yes, so. Meine Güte, war das aufregend, ey. Puh, so. Geschafft. Mission erfüllt. Ah, Silber. Beschleunigung schon wieder? Hm, naja, okay, komm. Gut. Und weiter geht's. Ja, ja. Okay. Okay. So heiße ich. Alex, Harry schleicht sich weiterhin aus dem HQ. Er weiß, dass du ihn sprechen möchtest, aber er weicht dir aus. Harry ist ehrlich, das weiß ich. Vielleicht, aber ich will nichts riskieren. Okay, ich schnapp ihn mir. Okay. Ist schon wieder Harry, ne? Der Schotten. Alles klar. Okay, okay. Gehen wir schnell da hin. Plutzreise. Flupp. Schauen sie mal da. Und wir machen nochmal Quatsch. Äh, Quatsch. Karte. Vielleicht sollten wir uns ganz schnellen, schnelleren Wagen nehmen. Bip, bip. Genau, weil der ist ein bisschen schneller. Und dann gucken wir mal. Where is this? Okay. Das ist da. Bip setzen. Und schnell losfahren. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ist halt immer so bei den Rennen. Immer wenn man nur den kleinsten Fehler macht, aber trotzdem halt eben dafür dann mega Zeit verliert, dann hat man eigentlich schon fast verloren. Ja, deswegen muss man ziemlich doll auffassen. Und man muss immer auf Gegenverkehr nachgucken. Hat sie eingeladen. Sehr schön. Ich habe ihn nicht eingeladen. So. I don't know, where is it? So. Machen wir mal so. Wow, wow, wow. Ist immer gut bei den schnellen Wagen. Da muss man meistens gar nicht mehr so Handbremse machen, sondern da reicht Bremse an sich auch. So. Das ist wie ganz ziemlich cool. So. So. Hä? Hab ich jetzt normal gedrückt? Oh, ich bin noch so gut. Meine Güte, Leute. Meine Güte, bin ich blöd, ey. Zitze, zitze. So. Stufe 18. Fortfahren. So, jetzt drücken wir aber Fortfahren. Mann, oh Mann, ey. Mann, alle. Wir erhalten Berichte über einen Raser in diesem Gebiet. Seid wachsam. Ich hab gleich da den Zaun umgefangen. Nehmen wir es einen Polizisten. Der sieht das nicht. Oh Mann. Also, die Polizisten von heute. Sind das in einem Computerspiel. Mann, Mann, Mann. Hi, Alex. So, ich sagte, suchst mich, was ist. Ja, ich wollte nur mal fragen, ob's dir gut geht. Klar, wie immer. Kein Problem mit deiner Braut oder so? Braut? Alex, Mann, ich hatte schon ewig keine Lady mehr. Die Besten sind tot oder im Knast. Echt? Keine mal so nebenher? Nicht im Moment. Was willst du, Alex? Ah, nichts. Vergiss es. Aha, Harry hier schön am Lügen und so. Der hat doch mal wieder was, ein krummes Ding gedreht. Ach, verdammt. Sprung sollten wir machen. Egal. Was soll. Was soll. Was soll. Was soll. Was geben? Was geben? Alles klar. Gut, okay. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Naja, okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!